Hey Leute, ich habe gerade die Kamera von unserem Kameramann geklaut und ich bin jetzt hier draußen und der Dummkopf bemerkt das wahrscheinlich nicht mal. Naja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Leute, er hat es bemerkt. Ich glaube, er ist richtig wütend. Ich habe mich jetzt hier in meinem Zimmer unter dem Bett versteckt. Mal sehen, ob er mich findet. Leute, Leute, er hat mich gefunden. Ich versuche ihn abzuhängen. Er sitzt hinter mir nämlich her. Mal sehen. Okay. Verdammt. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ich laufe jetzt in den Wald. Bleibt auf jeden Fall dran. Und leid. Und leid. Ey Leute, wisst ihr, ich bin... Was machst du da? Was soll der Blödsinn? Oh Mann, das war doch nur ein Spaß. Na gut. Ich laufe. Oh Mann, das war doch nur einravend. Na gut. Untertitelung des ZDF, 2020